Wir sind Studierende am kirchenmusikalischen Seminar der EKM. Das Lied bewegt mich, weil der Text von Stärke und Zärtlichkeit zugleich handelt. Weil wir mitbekommen haben, wie vielseitig die Melodie ist und wie verschieden man dieses Lied eben auslegen und spielen kann. O Herr, Schlaghaus, Schlaghaus, O Herr, das Berg und Tag blüht alles leer. O Herr, der frühe dies frühen lang weh, O Heiland aus der Erden spring. Also wenn ich das Lied singe, dann kommen bei mir sofort immer Nostalgiegefühle auf. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Anwendungszeit. Das Lied. Das Lied. Das Lied.